Hallo! Das sah gut. Hi! Wir sind zurück bei Ghostbusters. Und ich kann mich erinnern, dass da unten noch diese komischen kleinen Kriecher rumgelaufen sind. Ah. Ah, ich wusste doch, hier ist noch ein Artefakt. Merkwürdig farbige Gläser. Aber war das alles, wofür man hier runtergekommen ist? Kann ich hier sonst nicht lang? Echt nicht? Ich verarsche mich gerade, oder? Ich verarsche mich doch gerade. Ich muss doch da irgendwie hinkommen. Da ist doch vorhin auch ein Portal gespawnt. Durch das sogar Gegner durchgekommen sind. Ich muss doch da irgendwie hin. Ich muss doch da irgendwie hinkommen. Hallo? Okay. Vielleicht durch einen anderen Weg. Winston. Das ist fein. Was soll dieses Gegrunse hier die ganze Zeit? Ja, die ganze Zeit. Puh. Können wir hier irgendwo runter? Das geht ja immer noch nie auf, ne? Nee. Äh, Winston? Hast du irgendwo einen Weg gefunden, wo es weitergeht? Wo willst du hier lang? Gut. Ich folge dir mal. Oh, hier war die ganze Zeit eine Treppe. Vielleicht in einer dieser Iron Maidens? Sounds like my Equipment ist auch cool. Nicht sowas wie ich höre eure Schritte oder ich höre euer Atmen oder ich höre euch draußen reden. Nö, nö. Er hört das Equipment. Kann ich das irgendwie stoppen? Das ist mir sehr suspekt. Scheinbar nicht. Sorry, Winston, aber der Schleim muss weg. Wenn ich etwas in Ghostbusters 2 gelernt habe, dann der Schleim muss weg. Der Schleim muss weg. Was war das? Ja, wartet. Der Schleim muss weg, guys. Der Schleim muss weg. Soweit es geht, muss der Schleim weg. Ich bin kein Bauchredner. Okay, raus mit dir. Oh, danke. Schatz 2. Nö. Der Meter scheint zu zeigen, dass er in dieser Richtung ist. immerhin sind wir jetzt... Oh, Mann. Leute, ihr wisst schon, dass diese Spuks hier gerade unterwegs sind. Der Schleim muss weg, guys. Sorry, dass ich euch gerade allein lassen muss, aber der Schleim muss weg. Wo ist, wo ist, äh, Egon? 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 Wie zur Hölle bist du hier hingekommen? Oh, der Schleim muss weg. Der Schleim muss alles weg. Wo ist Winston? Oh, where's Wilson? Ah, ich bin allein auf dieser Insel. Das fällt mir natürlich jetzt ein. Erst nach der, erst eine ganze Folge, nach der ich Winston gefunden habe. da erst fällt mir dieser Witz ein. Ich weiß, ihr seid eigentlich anfällig für Schock, aber I don't care right now. Oh, da ist noch ein Schleim-Golem. I know, right? Die Frage ist nur, wo bist du? Ein bisschen in Ruhe. Der Schleim muss weg. Ich sagte, der Schleim muss weg. Winston, ich hoffe, du schaffst das da vorne eine Weile alleine. Gerade, wo ich es gesagt habe. Der Schleim muss weg. So, Winston, wo bist du? Da. Run! Diese Maschinerie indikates ein astounding level of sophistication. Pure evil notwithstanding, evil Schandor war weit ahead of his time. You know, I have to take my hat off to Schandor. This lab was built how many years ago? Truly impressive. It's likely Schandor was the parapsychology expert this time. Stay in the light, Egon. I'm trying, Winston. Should we try to find Peter or probably step around here somewhere? Hey! Yo, little help? Hey! I think I hear you. Yeah, he's standing there over there. I have his I have his Oh! Yeah, that's me. Alright. Now, we're sure about this, right? We need to be full strength to shut down this time. Way to go! I feel a momentum swing here in our favor. Get out there and find the Mandala note and shut it down. That should really piss someone off. One moment. Just for a certain reason, that I have nothing forgotten and this slime I don't get away from behind but we'll see again. Vielleicht kriege ich dich von oben weg weil du musst weg du bist Schleim und Schleim muss weg Ja! Ja! Der Schleim muss weg! Sorry Leute Ich bin auf der ewig währende Mission den Schleim zu vernichten Der Schleim muss weg Was hätte ich nun getan? Hätte ich diesen Schleim hier übersehen Ich verstehe das nicht Leute Dieser Schleim muss einfach weg Es gibt keine andere Erklärung als dass dieser Schleim weg muss Das ist Das ist kein Schleim Das ist das Mandala 54 likely outcomes we'd survive three of them that beats our usual odds unfortunately correct, let's do it Kunni planetarium kammer Okay, das machen wir aber lieber unten. Mal sehen, was passiert, wenn wir diese Sphären eine Weile festhalten Okay, ich nehm den hier Ah, alle, okay Sonst noch einer? Ja, wieso ist der schon kaputt? Und runter mit dir Oh shit, oh shit Oh shit, oh shit Oh mein Gott, oh mein Gott Wir müssen irgendwas machen Sperrstrahl, irgendetwas Leute, steht da nicht so rum Steht da nicht so rum Der Schleim Der Schleim Der Schleim muss weg Helft mir Der Schleim muss weg Ähm, bin ich jetzt ausgesperrt? Der Schleim muss weg Was ist das Da woher kommt ein Picture? Der Schleim muss aus miss the sunshine is what the this is the part where we do what we do 321 schleip die voll 321 schleip die voll that doesn't look good ok fair enough what about that inaccessible and that's not sure that matter how can we get with a run around and look delicious will you all right I can get a look there it is, come fiction bare on that nose hit it right there, it doesn't like that at all he's taking the bait why are you shooting everything but the glowing thing on his head Peter, 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 Peter hinter mir Oh Gott, das fiel ihn jetzt wieder her Oh Gott Schleim, Schleim muss weg Winston? Winston Okay Jetzt ist der zu beißen Nope Jetzt beißt der zu Ah, okay Ah, okay, jetzt weiß ich Wenn ich nah dran bin Wenn ich nah dran bin, beißt der zu Also wenn ich das mal herausbaten kann Den haben wir gleich Da hinten sind diese komischen Augen noch, die sich ja jetzt erst Au Wow Finish den, guys, finish den Okay, daneben nicht Egon, ich komm gleich zu dir Oder ich mach ihn auch so jetzt einfach down All die Nose sind closed The Ghosts are trapped in Mandala Right where they belong Our boy Evil Shandor didn't factor in that he was messing with the Ghostbusters Ha, 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 ha Yeah, Pat made the same mistake We're gonna have to have a long talk again Don't forget that Peter's girlfriend is a Shandor Oh, yeah, we're very little You guys need to get down to the shore and fast I don't know how much longer I can hold her The whole island's sinking Ray, keep the motor running We are coming at you fast Peter, get out of there How was it? Was it cool? What did it look like? Did you get any samples? Did it have multiple eyes? Shut up Ha, ha, ha Oh, thank God you're here What's going on, Janine? Where's Alyssa? She's gone, they took her One minute everything was fine The next it was chaos Ghosts flying everywhere Janine, slow down Start from the beginning Okay Well I was a little late this morning Because one of the heels on my favorite pair of pumps broke Unless this was out of my favorite teeth You know how I love my chamomile Well, and Okay Maybe not the beginning Start where things went haywire around here Okay Okay Somebody jumped me from behind And before I passed out I heard Alyssa struggling and yelling Now And the last thing I remember was the screams of the dead and damned echoing in my brain So either there was a man's escape from Rikers Or someone shut down our containment grid Again Again? Just like Peck threatened to do It's funny I always knew that Peck was a pencil knife bureaucratic prick But I never pegged him as an evil occultist But where did he take her? And where are all the ghosts? Cause no offense But if all the ghosts we've ever caught just escaped I'm clocking out Yeah, they would be awfully mad at us Exactly It's generally a bad idea for the guards to hang out in the cell blocks just after a prison break This just in As authorities continue to supervise the Thanksgiving evacuation of Manhattan Increasingly powerful tremors are rocking Central Park The question is Where are the ghostbusters? Eh, tell you what Kind of a nice day Why don't we go to Central Park? Get around up some ghosts Save the girl Get back in time For now Okay The ghostbusters ride again Das sah übrigens geil aus, wo sie in den Fernsehen geguckt haben Da bin ich mal gespannt Sind wir jetzt in der Basis wieder? Also im Feuerwehrhaus? Feuerwehrstation? Whatever Die ehemalige da Ihr wisst schon Ihr wisst schon da Wisst ihr? Ja? Wisst ihr? Ja? Die Fliege krabbelt immer noch bei meinem Monitor Die ganze Zeit Schon während den ganzen Aufnahmen Rauf und runter Hin und her Wenn du bereit bist aufzubrechen Ah, das sind die Items Das sind die Sachen, die wir gefunden haben I've already used all my floating holidays this year, right? I tell him Dr. Vankman Ah Are you kidding me? Hi Kannst du nicht weiterlaufen? Is das ein Arm? Das ist ein Arm Oh mein Gott Mein Gott, bist du creepy Lass mich in Ruhe Ah Das ist aber ein hübschen Booty Das muss man dir lassen Einen sehr hübschen Booty Ganz gleicher Mann oder Frau Wer auch immer Wem auch immer dieser Booty gehört hat Dieser Booty ist Cool Oder geil Je nachdem wie man es nennen will Was haben wir denn hier alles oben? Das ist die Vase, die wir gefunden haben Da ist der Oh, da ist der BD-Actor 1 Ja, der Anrufbeantworter You have eight new messages Wow, even losers win occasionally Nicely done It kills me to say that You have seven new messages Hello Who am I to calling? Who am I going to call? Am I calling to you? Ghostbusters, oh yes Okay, sonst glaube ich Sonst ist hier nichts Folgt uns sexy Booty nicht hier hoch? Scheinbar nicht Okay, dann machen wir es Wie wir uns immer bei den Aufträgen Eigentlich machen sollen Yay Hi, sexy Booty Okay, dann nehmen wir jetzt noch Die vermeintliche Cutscene mit Und Sobald die Mission dann anfängt Machen wir einen Schnitt Just once I wouldn't mind running With these other fools Away from the trouble Where's the fun in that? Any guesses on where we'll find Peck and Alyssa? Oh man Wir haben unser Team gerade eingesperrt That's why it's guy It should I suspect that we're going to need the super slammer up there No telling how powerful Peck has grown That means we gotta take the egg to war I'll drive Maybe the trainee should drive Nah Awww Thank you Winston Any ideas? Ah Junior's pretty spry Hey, even with that hundred pounds of proton accelerator Ow That was That was Ow There Hahahaha Hahahaha Mach deinen Weg nach der anderen Seite Und öffne das Garten für uns Hm Ich frage mich nur Wo wir das Tor öffnen können Pfff Oh Ich hab keine Ahnung Aber gut So war schon ein Spiel Oh Und schon direkt ein Artefakt am Anfang Okay Ich mache hier jetzt Seinen Schnitt Und auch erstmal Aufnahmepause Wieder mit Ghostbusters Glaube ich Mal gucken Und äh Sage bis zum nächsten Part Ich glaube Das ist die letzte Mission Jetzt auf der wir unterwegs sind Noch ein letztes Mal gucken Ob wir alle Sachen wirklich gekauft haben Wirklich alle Ja einfach alle Ich glaube hier Das ist nämlich wirklich die letzte Mission Und dann Ja Ist das Spiel leider schon vorbei Aber egal Jut Dann mal bis zum nächsten Part Bis dahin Baba Baba Bis zum nächsten Mal.